Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstag, mein Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut soweit und dass ihr euren Lunch genießen könnt, euren Donnerstag schön genießen könnt. Ich freue mich, dass ihr alle hier dabei seid und wenn ihr was in den Chat schreiben wollt, dann geht bitte bei Versenden an, ist ein blauer Button, geht an alle, geht auf alle Gesprächsteilnehmer und Teilnehmer, dann sehen das wirklich auch alle, alle, die hier mit anwesend sind, was ihr schreibt. Genau. Ansonsten stellt euch gerne mal vor, wer guckt denn heute zu, wer ist denn heute wieder dabei bei Lunch & Learn und von wo aus schaut ihr vielleicht zu, wo genießt ihr euer Mittagessen? Ich gehe davon aus, dass sehr viel im Homeoffice sitzen, könnt mir ja gerne mal ein Feedback schreiben. Ich habe auch mein Büro im Homeoffice grundsätzlich. Von daher hoffe ich, dass ihr euch heute gemütlich macht und euch ganz doll auf die heutige Session freut mit Prof. Dr. Dennis Lotter. Er ist nicht nur Studien-Dekat für zwei wundervolle, spannende Mastergänge für Entrepreneurship und Leadership. Nein, er ist auch Geschäftsführer und Unternehmensberater und wird uns heute in das Thema Improvisation im Business mit an Bord holen und uns ganz viel darüber erzählen, was man in der heutigen Zeit, in der aktuellen Situation mit dem Thema Improvisation erreichen kann in seinem eigenen Business. Und ich habe mich schon die ganze Woche darauf gefreut, denn seine Präsentation wird anders ausfallen als das, was wir so bisher gesehen haben, was das Visuelle auch angeht. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel rausholen. Ich möchte gerne mehr über Dennis und sein Thema herausfinden mit euch und dementsprechend euch auch motivieren. Schreibt gerne während des Vortrags hier in der Leiste unten findet ihr F und A, Fragen und Antworten. Schreibt dort gerne für euch relevante Fragen rein, dann werden wir das direkt sehen und die werden dann nicht im Chat verloren gehen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr auch in den Chat reinschreiben wollt, keine Sorge. Ich habe alles im Blick und dann werden wir auch jede Frage von euch beantworten. Und genau, ich würde jetzt den lieben Dennis bitten, dass er gleich dann seinen Bildschirm teilt. Wir werden das nämlich so haben, dass wir ihn erst sehen, wenn er den Bildschirm geteilt hat. Also nicht wundern. Und dann würde ich dich bitten, lieber Dennis, erzähle dann gleich noch gerne ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit. Und dann würde ich dir in dem Sinne auch gerne schon die Bühne übergeben. Super, liebe Lina, ganz lieben Dank für die Anmoderation und die Gelegenheit, heute bei euch zu sein. Ja, schön, die Gelegenheit zu haben, vor euch in der Mittagspause ein bisschen über ein Thema zu sprechen, das mir besonders am Herzen liegt. Erstmal welcome. Ich bin Dennis Lotter. Ich bin New Worker. Ich bin Agile Coach und Professor an der Hochschule Fresenius für das ganze Thema digitales Unternehmertum, New Leadership. Und ich habe ein spannendes Buch geschrieben, wie man im Hintergrund sehen kann. Digital Transformation Design. 33 Prinzipien, wie sie Organisationen ins intelligente Zeitalter führen können. Darin beschreibe ich quasi Grundsätze, nach denen erfolgreiche Pioniere in der neuen Arbeitswelt handeln und die GAFA groß gemacht haben. GAFA, das ist die Abkürzung für Google, Apple, Facebook und Amazon. Jetzt geht es nicht darum, diese Prinzipien unreflektiert für sich selbst zu übernehmen, aber ich finde es trotzdem ganz, ganz spannend, mal so ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen, wie agieren die, was sind so Grundsätze, mal fernab von Werkzeugen und Methoden und Checklisten, sondern mit welchem Mindset gehen solche digitalen Pioniere an die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen ran. Deswegen in dieser aktuellen Keynote versuche ich so ein bisschen, ja, dieses Improvisationsprinzip zu beleuchten mit euch gemeinsam. Die aktuelle Corona-Krise ist ja eigentlich im Grunde genommen wirklich ein Musterbeispiel für eine richtig disruptive, tiefgreifende Veränderung, die kaum jemand von uns vorher in dieser Intensität wirklich für wahrscheinlich hielt. Die Pandemie, sage ich immer, die traf uns im Grunde genommen wie so ein Aufwärtshaken am Kinn, völlig unerwartet und schmerzhaft hart. Autsch, ja? So geht es vielen momentan, ja? Händler wurden über Nacht angewiesen, ihre Läden zu schließen. Sie saßen auf massenhervorbestellten Waren. Der Kulturbetrieb, ein großer Anteil der Gastronomie musste vorübergehend schließen oder ihre Aktivitäten ganz wesentlich reduzieren. Die leben wir momentan ja beim zweiten Lockdown wieder. Innerhalb von weniger Wochen ist bei ganz, ganz vielen der Umsatz weggebrochen, der Betrieb auf Notlauf gestellt, viele Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und wir Solo-Selbstständigen schauen auch in die Röhre. Die Corona-Krise hat uns quasi mit Warp-Antrieb in eine neue Dimension des gemeinsamen Lebens und Arbeitens katapultiert. Also das, was wir momentan erleben, ist wahrhaft VUCA. Das ist ein spannender Begriff. Das kommt mir so ein bisschen vor, quasi wie Canyoning im Business, ja? Das ist ein Akronym, das steht für Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambivalenz. Also jene Merkmale des digitalen Zeitalters, die zunehmend bei uns für Unsicherheit sorgen. Für Führungskräfte ist das, ich habe es gerade eben schon gesagt, wirklich so ein bisschen wie Canyoning im Business, ja? Und diese Entwicklungen, die werden immer weniger vorhersehbar für uns. Das bringt bei uns natürlich ein unglaubliches Gefühl von Unsicherheit. Diese rasante Geschwindigkeit vor allem technologischer Entwicklungen erzeugt bei vielen ein Gefühl von Flüchtigkeit, von Unbeständigkeit. Wir erleben globale Verknüpfungen und Abhängigkeiten, die Sachverhalte im Grunde genommen bis zur Unverständlichkeit für viele komplex machen. Und da rede ich jetzt nicht über das Ausfüllen eines Corona-Hilfsantrags. Auch der kann uns bis zur Unverständlichkeit komplex erscheinen. Widersprüchlichkeiten und alternative Fakten erschweren zudem unsere Entscheidungen. Und genau in einer solchen unwegbaren, überraschenden VUCA-Welt gilt, Pläne scheitern. Pläne scheitern nicht immer, aber leider immer öfter. Und der erste wichtige Schritt ist die Einsicht in die Begrenztheit aller Pläne und Vorbereitungen. Sorry, Trump for that. Und im Grunde genommen ist es auch so. Es ist auch in Ordnung, wenn wir planen, wenn wir versuchen zu organisieren als Menschen. Aber Ordnung ist halt im Grunde genommen nur das halbe Leben. Die andere Hälfte müssen wir stets improvisieren. Und diejenigen unter euch, die Solo-Selbstständige sind, die kennen diese Herausforderung. Das hat uns aber leider niemand beigebracht. Das war im Lehrplan und in der Schule, auch in der Hochschule, nicht vorgesehen. Ja, da haben uns die Lehrer so ein bisschen sitzen lassen. Und deshalb ist es bei vielen, auch in großen Konzernen häufig so, dass man sich geradezu hilflos fühlt, wenn der Plan mal nicht funktioniert und die Ordnung aus den Fugen gerät. Geht mir häufig auch so. Es sei denn, wir trainieren uns selbst die unterentwickelte Improvisationskompetenz wieder an. Genau das ist die große Chance jetzt in der Corona-Krise für uns alle, uns wieder darauf zurück zu besinnen, dass wir es mal als Kinder, als Jugendliche auch extrem gut beherrscht haben. Die Improvisation. Das uns wieder als ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, als Verhaltensweise, die uns gut aus einer Krise führen kann, wieder zurückzuholen. Was bedeutet denn jetzt die Improvisation? Improvisation bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als etwas ohne Vorbereitung aus dem Stehgreif herzustellen. Das heißt, im Allgemeinen Sprachgebrauch kann man sagen, Improvisation ist der spontane, praktische Gebrauch von Kreativität zur Lösung überraschend auftretender Probleme, so wie wir das momentan erleben. Das heißt, improvisieren heißt mit unvorhergesehenen Situationen souverän und gelassen fertig werden und das irgendwie trotzdem noch hinbekommen. Spontan, flexibel, das Beste aus einer überraschenden Situation machen und das ist eben die hohe Kunst der Improvisation, die wir auch im Business brauchen. Jetzt haben wir groß ein Problem. Improvisation hat in Deutschland leider einen schlechten Ruf. Bei einem Griff Improvisation schießen vielen Menschen sofort solche Bilder in den Kopf. Also das ist so ein typisches Beispiel, ein Verständnis, wenn ich von Improvisation spreche. Oder solche Bilder hier. Oder ein Bild, das ich mal aufgenommen habe bei einer Studenten-WG von mir. Ja, solche Bilder hier. Kreativ, aber trotzdem sehr häufig leider mit einem schlechten Ruf versehen. Wer improvisieren muss, der hat schlecht geplant. Der ist ja unfähig. Das ist ein Dilettant, ein Nichtskönner. Naja, ich sage immer, feste Pläne kann ich aber nur dann machen, wenn auch das Umfeld stabil bleibt. Und das ist heute halt eben meistens nicht mehr der Fall. Und wie wir jetzt in der Corona-Krise sehen, eben von heute auf morgen völlig anders bei uns in dieser Situation überraschend dargestellt. Das heißt, wir sollten in der Wirtschaft viel mehr eine Haltung zur Improvisation entwickeln und diese uns zu eigen machen. Die Improvisation als etwas Nützliches, als etwas Tolles, als etwas Zukunftsfähiges darstellt, was uns hilft. Und solche Krisen und überraschende Momente, die immer wieder auf uns zurückkommen werden, das ist relativ sicher, uns das wieder zu eigen zu machen. Wir müssen also ein bisschen umdenken. Der Dilettant ist ein noch Nichtkönner. Nach allen Seiten ist der Dilettant offen. Er ist nicht in Tradition gefangen. Er ist noch nicht in Routinen erstarrt. Und immerhin kann man sagen, traut sich der Dilettant naiv, wie er ist, etwas zu tun zu. Der Perfektionist, der fängt es gar nicht an, wenn er sich nicht von Anfang an völlig darüber im Klaren ist, dass das, was da für ihn gesetzt ist, auch wirklich so in der Realität umsetzbar ist. Oder er scheitert schlichtweg unterwegs an seinem Perfektionismus. Es gibt so ein schönes Beispiel, was diese Haltung sehr schön zum Ausdruck bringt, auch in der digitalen Welt. Pragmatismus führt schneller zur Perfektion als Perfektionismus. Das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Key Message, die wir lernen können, auch von diesen Gaffas. Die NASA zum Beispiel hat mal zur Entwicklung eines Kugelschreiber, der in der Schwerelosigkeit funktioniert, über eine Million US-Dollar in den Wind geschossen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben die Russen das genutzt oder gelöst, ganz einfach über einen Bleistift. Also insofern, ein gesunder Pragmatismus, den klug implementiert und angewandt, der führt uns schneller zur Perfektion durch die iterativen Schleifen, durch die Sprints, an denen ich dann sozusagen mich nach oben arbeite, zur Perfektion, als das Stolpern über den eigentlichen persönlichen Perfektionsanspruch in der heutigen Zeit. Sony-Gründer Masaru Ibuka hat mal gesagt, es ist besser, überhaupt etwas zu tun, selbst auf die Gefahr hin, dass es scheitert als gar nichts. Denn was man nicht macht, passiert eben auch nicht. In Kunst und Kultur finden wir immer wieder solche Darstellungsformen, die auf kreativer Improvisation beruhen. Ich finde es total spannend. Ich selbst bin ein unglaublicher Jazz-Fan. Und im Free Jazz gilt ja, erwarte stets das Unerwartete. Anders würde diese Musikform gar nicht funktionieren. Der Unterschied zu den meisten anderen Musikformen liegt nämlich darin, dass der Verlauf eines Stückes sich gerade beim Free Jazz erst in dem Moment entwickelt, in dem es gespielt wird. Das heißt, aller Ausgang ist völlig ungewiss und oft ziemlich überraschend für die Teilnehmer. Und gerade diese Ungewissheit macht für viele Menschen diese Faszination von Jazz aus. Das Paradoxe, was die Menschen beim Jazzzuschauen total lieben und fasziniert, ist eigentlich eine alltägliche Situation. Das ganze Leben ist eine einzige improvisierte Session. Ständig müssen wir improvisierte Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, wo uns der Weg hinführt. Nur eben stehen wir da auf keiner Bühne. Improvisieren heißt manchmal eben auftreten, während man das Instrument lernt. Und manchmal muss man eben handeln, während man lernt. Das erleben wir jetzt gerade in der aktuellen Corona-Krise. Ich bin selbst ein großer Fan von Ella Fitzgeralds. Vielleicht kennt ihr sie auch. Auch eine grandiose Jazz-Künstlerin. Und ich finde diese Story so unglaublich charmant, die ich mal als Anekdote nachgelesen habe. Sie hat in den 60er Jahren ein Konzert in Berlin gegeben. Und dieses Konzert wurde auch aufgenommen für ein Live-Album von ihr. Sie wusste ganz genau, das ist jetzt Big Business. Also ich habe hier volle Konzerthalle. Das wird aufgenommen und daraus wird jetzt ein Live-Album aufgenommen, was sich hoffentlich millionenfach auf dieser ganzen Welt dann auch verkauft. Das heißt, Plattenfirma im Rücken, Management im Rücken, Tour-Veranstalter im Rücken. Ella steht auf der großen Bühne, singt Mag the Knife aus der Drei-Kroschen-Oper. Und es kam, wie es kommen musste. Und plötzlich in der sechsten Strophe war der Text weg. Scheiße. Live vor Publikum, mitten in der Aufnahme. Schaut mal, wie Ella durch Improvisation die Situation spontan noch gerettet hat. Ich finde es total cool. Ich finde es immer wieder klasse, das anzuschauen. Und ich finde es so cool, ja, die Frau steht nicht auf der Bühne, sagt, Scheiß, ich habe den Text vergessen, Stop, wir müssen nochmal neu anfangen. Sondern the show must go on. Sie hat gesungen, sie hat am Ende für diese Improvisation absolute Standing Ovations bekommen. Das lief sogar, oder das blieb auch auf der Platte drauf, die sie dann auf zwei Grammys bekommen hat. Also sensationell. Was können wir daraus lernen, was bedeutet es für uns? Also wenn wir Überraschungen nicht wegplanen können, dann können wir versuchen, wenigstens daraus eine Chance zu machen und das Ganze geschickt für uns nutzen. Also sei darauf, vorbereitet, überrascht zu werden. Be prepared to be surprised. Das ist im Jazz, genauso wie im Improvisationstheater, eines der goldenen Grundsätze. Ganz wichtig ist natürlich, dabei mit der Haltung zu arbeiten, ja und, und eben nicht mit ja aber. Das führt uns eher in die Sackgasse. Und das ist genau auch das, was die Jazz-Music und die Protagonisten, die Akteure so unglaublich gut machen. Was können wir jetzt lernen aus der Jazz-Band? Die Jazz-Band ist eigentlich für mich eine wunderbare Metapher für ein agiles Team mit flachen Hierarchien, denn es gibt ja keinen Dirigenten, der den Tag vorgibt, ja. Das heißt, die Jazz-Band muss kommunizieren über ein hohes Maß, an Blicken, Körperbewegungen und natürlich zuhören, wie die Musik der jeweiligen Künstler sich entfaltet. Das heißt, alle hören aufeinander, geben sich auch gleichzeitig immer die Möglichkeit, in einem Solo zu entfalten. Ja, auch das ist spannend, gerade auch in der Übertragung für Solo-Selbstständige, wenn wir zusammen interagieren mit Netzwerkpartnern. Jeder von uns hat natürlich seine Kompetenzen und seine Fachbereiche. Und wichtig ist es dann in diesem Netzwerk an Teampartnern, dem anderen eben auch den Raum für die Entfaltung zu geben, dass er sein Solo gut spielen kann. Und das beherrscht eigentlich so eine Free-Jazz-Kombo exzellent. Ja, ein Solist im Jazz ist nicht immer Solist, er ist manchmal eben auch in der Rolle des Begleiters, nimmt sich selbst zurück, damit jemand anderes über sich hinauswachsen kann. Und das ist das, was wir auch in modernen Teamorganisationen, in Netzwerkstrukturen brauchen, denn alles, was vom Einzelnen produziert wird, muss natürlich auch zu den anderen und den Schnittstellen entsprechend passen. Also jedes Teammitglied ist gefordert, kreativ zu sein, Ideen einzubringen und den anderen bestmöglich dabei zu unterstützen. Billig gesprochen könnte man sagen, das Ziel ist, dass alle Pflanzen im Garten eben in der Sonne stehen und keiner so wirklich im Schatten. Also Ideen mit Kollegen gemeinsam entwickeln, das ist das, was das Jazz-Genre eigentlich ausmacht. Und da können wir einiges auch von lernen in der digitalen Welt und in Netzwerkstrukturen, wie wir erfolgreich zusammenarbeiten können. Wer also Improvisationstalent besitzt, ist in der Lage, mit den Mitteln, die ihm jetzt oder ihr gerade zur Verfügung stellen, und das ist eben genau das Wichtige, nicht danach zu schauen, was bräuchte ich denn jetzt eigentlich, um die perfekte Lösung zu bekommen, sondern mal seine eigene Ressourcenbasis anzuschauen. Das kennen wir aus dem sogenannten Effectuation-Ansatz. Also Kühlschrank aufschauen, welche Ressourcen habe ich da, wenn spontaner Besuch kommt, und was kann ich jetzt mit diesen Mitteln spontan meinen Besuch leckeres Kochen, in der Metapher gesprochen. Also welche Ressourcen stehen mir aktuell zur Verfügung, welche Netzwerkpartner stehen mir aktuell zur Verfügung, mit denen ich gemeinsam ad hoc, spontan, kreativ eine Lösung für das aktuell anstehende Problem erarbeiten kann. Was uns leider sehr häufig davon abhält, ist so ein bisschen das Menschsein. Der Mensch bewegt sich natürlich sehr, sehr gerne und am liebsten auf gewohnten Faden. Wir haben so ein Kontrollbedürfnis. Das ist uns quasi wie eingeimpft. Und das möchte uns immer wieder in Sicherheit wiegen. Und vor allen Dingen wollen wir Risiken möglichst klein halten. Und was einmal geklappt hat, das funktioniert auch immer wieder ganz bestimmt. Das ist bei uns so in unserem Mantra drin. Deswegen versuchen wir neue Probleme auch immer mit Erfahrungswissen von gestern anzugehen. Aber das wissen wir, das ist eben extrem schwierig. Ja, und deshalb, und das ist das eigentlich das Krasse an diesem Ansatz, dass die Improvisation genau gegenteilig vorgeht. Ja, also eine Art widersprüchliches Konzept. Loslassen, um Kontrolle zu gewinnen. Also um Kontrolle zu gewinnen in einem VUCA-Kontext, in dem, was wir momentan bei der Pandemie erleben, heißt es manchmal, wir müssen loslassen. Loslassen von vielen Plänen, von ursprünglichen Strategien, von ursprünglichen, ja, Erfolgsfaktoren, die uns groß gemacht haben und uns einfach neu und spontan neu auszurichten. Für viele ist das natürlich sehr, sehr schwierig, denn gerade wenn solche unsicheren Situationen kommen, ist man erst mal weniger entscheidungsfreudig. Man nimmt sich eher zurück. Man will sich eher noch mehr versuchen abzusichern. Aber genau das ist kontraproduktiv. Also Improvisation bedeutet in solchen Situationen rausgehen, frontaler Angriff nach vorne, experimentieren, ausprobieren und testen. Spannend ist, dass das ja wirklich das Erfolgsrezept ist von vielen der Gaffers. Mark Zuckerberg hat mal gesagt, der wahre Kern unseres Erfolgs liegt in diesem System des permanenten Testens. Zu jedem Zeitpunkt gibt es nicht nur eine Version von Facebook, wahrscheinlich sind es sogar 10.000. Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon, der sieht das ähnlich. Schaut mal hier. To be innovative, you have to experiment. If you want to have more invention, you need to do more experiments per week, per month, per year, per decade. It's that simple. You cannot invent without experimenting. And here's the other thing about experiments. Lots of them fail. If you know it's going to work in advance, it is not an experiment. Genau. Also was beide sagen im Grunde genommen ist, dass Experimentieren in einer VUCA-Welt, in solchen speziellen Krisensituationen, nicht irgendeine, sondern die Strategie schlechthin ist, um da wieder rauszukommen. Das Experiment ist also das Werkzeug schlechthin für die Improvisation. Und ich kann euch noch weitere Beispiele nennen, die das alle bestätigen werden. Unser James Dyson da hinten, der hat für sein erstes Modell 5127 Prototypen gebaut, bis er final zu seinem Produkt kam. Das heißt, im Grunde genommen reden wir hier über 5127 Experimente, wo er vorher nicht wusste, wird es klappen oder nicht. Experimente sind im Grunde genommen informierte, durchdachte Wetten auf die Zukunft. Und deshalb kann ich vorher nicht voraussagen, vollständig wird das klappen oder nicht. Also wer experimentiert, der stößt auch mal auf Sackgassen, der stößt auf Fehleinschätzungen, der stößt auf Irrtümer. Dank Jeff Bezos, wir wissen, Experimente, deren Ausgang sicher ist, ist kein Experiment. Schauen wir uns aber nochmal Jeff Bezos an, der auch einen ganz, ganz interessanten Satz gesagt hat, was ich auch nur bestätigen kann. Wir dürfen das Experiment aber nicht verwechseln, mit dem Kerngeschäft und der operativen Exzellenz. Also man muss schon unterscheiden, wann und wo setze ich ein Experiment ein. Sonst geht es nämlich auch schief. Schauen wir hier. We're building a Fulfillment Center. We've built over 150 large Fulfillment Centers around the world now. We know how to do that. That is not an experiment. If we build the 151st Fulfillment Center and screw it up, that's just a failure. That's not the kind of failure we're seeking. We want failures where we're trying to do something new, untested, never proven. That's a real experiment. And they come in all scale sizes. So you need to teach people that those two kinds of failure are different. Ja, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, jeder, der von euch vielleicht vor seinem Unternehmer-Dasein auch schon mal in einem Unternehmen gearbeitet hat oder jetzt gerade beobachtet, wie sich manche Konzerne und große Unternehmen schwer dabei tun, so gelassen und kreativ, spontan, improvisierend auf diese Situation zu reagieren. Der muss ein bisschen verstehen, woher das eigentlich kommt. Und es ist auch das System, in dem wir groß geworden sind, was wir gelernt haben in Schule, möglicherweise in der Ausbildung, in der Hochschule. Das Denken hier hat seine Wurzeln im Industriezeitalter. Eine Maschine produziert massenhaft und eine falsche Einstellung macht am Ende des Tages die ganze Produktion zunichte. Das heißt, in der industriellen Massenproduktion sind Abweichungen von der Norm fatale Fehler. Also versuchen wir das möglichst auszumerzen. Die Folge, es gibt rigide Sollvorgaben, die muss ich unbedingt einhalten. Und das ist natürlich etwas, das ist die Mantra, wir müssen planen, der Plan muss dann umgesetzt werden. Aber das funktioniert natürlich nur in einem Kontext, der stabil ist. Das kann ich die Antwort sein auf eine komplexe, sich ständig verändernde Welt. Da funktionieren Pläne und eben solche Sollvorgaben fast nicht mehr. Das heißt, je mehr es davon gibt, desto mehr mutiert die Organisation zu einer Maschine und desto langsamer wird sie, desto mehr erziehe ich meine Mitarbeiter im Grunde genommen zu befolgern von diesen Vorgaben. Das heißt, mutige Ideen, mutige Innovationen werden hier sozusagen sich leider nicht entfalten können. Also, ganz wichtig muss uns immer deutlich sein bei dem Experimentieren. Das ist der Hintergrund, das Industriezeitalter, wie wir groß geworden sind, warum wir uns schwer tun und warum wir eigentlich so gerne an Plänen festhalten. Aber wir müssen uns immer eines im Klaren sein. Nicht alles, was probiert, wird funktionieren. Aber alles, was funktioniert, hat irgendwer schon mal mutig vor uns ausprobiert. Und wenn wir das wissen, dann können wir diesen mutigen Weg gehen. Ja, und was ist, wenn jetzt doch mal was schief geht? Ja, das kann ja sein, dass wir trotzdem abstürzen. Ja, und dass das Ergebnis, was aus der Improvisation rauskommt, dann doch nicht zufriedenstellend ist. Vor dieser Angst möchte ich mal ein bisschen, oder diese Angst möchte ich mal ein bisschen nehmen. Es gibt ein spannendes Improvisationsmodell, was ein Kollege mal entwickelt hat und das würde ich euch gerne ebenfalls mit auf den Weg geben, um das nochmal zu verdeutlichen, wie wir mit solchen Herausforderungen, wie die Corona-Krise beispielsweise, souverän umgehen können. Das Improvisationsmodell zeigt uns erstmal hier im ersten Schritt, das ist die Situation, wie wir sie sozusagen vor der Krisensituation erleben. Also alles ist noch ruhig, das ist also unsere bestehende Situation. Und dann trifft uns plötzlich wie ein Blitzschlag ein Ereignis, also in dem Fall ein Coronavirus. So, und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Jetzt haben wir fünf Varianten darauf zu reagieren, oder fünf Szenarien, die sich einstellen. Meistens ist es so, dass wir danach so ein bisschen in eine Verwirrung hineinkommen. Also da sind wir ein bisschen verwirrt, ist ja klar. Also durch diesen Blitzeinstag entsteht Verwirrung. Das stört sozusagen den normalen, ursprünglich geplanten Verlauf. Hinterher gibt es jetzt die Möglichkeit, entweder in die Improvisation einzusteigen, oder erst gar nicht mitzumachen, dann endet das ganze Spiel hier. Also das heißt, dann bin ich erst mal raus. Und dann könnte man schon auch sprechen von einem Scheitern. Das ist ein Szenario, was passieren kann. Das andere Szenario, was passieren kann, ich gehe jetzt in einen Improvisationsprozess hinein. Und dabei können vier weitere Szenarien herauskommen. Einmal anders als geplant, aber trotzdem gut. Also es kann ja sein, dass die Situation, die rauskommt am Ende des Tages, dass sie anders wird als geplant. Ich habe da so eine kleine Anekdote, als ich selbst ja meine Promotionsfeier ja, Begehe, also meine Doktorarbeit sozusagen abgegeben habe, gibt es dann immer so eine Feierlichkeit, eine Promotionsfeier. Und da habe ich meine Rede sozusagen aufgeschrieben auf dem Manuskript, damit ich es nicht vergesse, weil ich bin da immer so, habe ich immer hier schön in meinen Jackettärmel gemacht und kurz vorhin meinen Lebenspartnern gesagt, Dennis, zieh doch lieber das blaue Jackett ab. Habe ich gemacht und als ich dann dort stand auf der Bühne, wollte mein Manuskript rausholen. Cool, ja, leider vergessen. Ja, also war zu Hause im Jackett im Schrank gehangen. Jetzt habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Erstens, ich gehe jetzt gar nicht auf die Bühne, aber es ist halt blöd, wenn du die Doktorwürde verliehen bekommst, musst du ja tun. So, eine Option, ein Szenario, ich halte die Rede frei, habe ich noch nie vorher gemacht, okay, aber kann ja trotzdem gut werden. Vielleicht anders als geplant, aber gut, das ist eine Möglichkeit, des Ausgangs. Zweite Möglichkeit des Ausgangs, ich wachse über mich hinaus, also es wird sogar besser als geplant. Ich erkenne plötzlich ein Talent von mir, eine Chance, wo ich sage, okay, das hätte ich niemals gedacht, dass ich da so souverän und so gut die Rede aus dem Stehgreif halte, ist ja eigentlich besser sogar, als das nach meinem ursprünglichen Konzept und Plan ich mir ausgedacht habe. Jetzt könnte es natürlich aber auch sein, naja, das ist auch klar, dass es am Ende wie so eine Art Notlösung wird. Also, ich stehe da vorne, ich halte die Rede, die ist okay, aber das hätte auch besser sein können. Okay, ja, das ist vielleicht ein verunglückter Plan, aber es ist immer noch eine Notlösung, die funktioniert. Und dann habe ich, und das ist sozusagen das Schlimmste, was passieren kann, alle lachen über mich, ich kriege kein Wort raus und das, was dann als Rede übrig bleibt, ist dann wirklich ein Flop. ja, so, und was ich hier aufzeigen will, ist im Grunde genommen, dass nach der Improvisation ein Flop rauskommt, also etwas, was überhaupt nicht funktionsfähig ist, das ist lediglich 1 zu 4. Das heißt, es kann anders, aber trotzdem gut werden, es kann sogar noch besser werden, als ich das ursprünglich geplant habe, oder es wird zumindest eine Lotlösung, das ist besser als nichts. Ja, also besser als vorher im Grunde genommen schon den Kopf in den Sand zu stecken. Und ja, es kann eben auch mal floppen, das ist klar, aber auch hier gilt, wenn das dann passiert, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Ja, also insofern ist das relativ einfach. Ja, drei Work Hacks, um dich sozusagen nochmal ein bisschen in dieses Improvisationsprinzip, in dieses Spaß zur Improvisation für dich persönlich zu entwickeln, die mir persönlich geholfen haben, diese Work Hacks, weil das ist etwas, was man trainieren kann, darf, sollte, ja, die Improvisation. Das Erste, ganz wichtig, finde ich, bring dich bewusst immer wieder, auch nicht in Krisen, also unter Nicht-Krisenzeiten, sondern auch unter normalen Zeiten, immer wieder in nie ausprobierte Situationen. Nicht können heißt, es einfach noch nicht versucht haben. Ja, also lass dich oft irritieren, durch Harmonie gibt es nämlich keine Entwicklung und was ich immer ganz spannend finde, auch als Solo-Entrepreneur, so habe ich ja auch ja angefangen, in meinem Unternehmer-Dasein, Eisenhauer-Prinzip, ja, wenn du gefragt wirst, ob du etwas kannst, sag ja und dann schau einfach zu, wie du es hinbekommst. Funktioniert. Manchmal ist das, was ich von selbst entwickle, nämlich wirklich besser als das, was ich von vornherein planen wollte, vor allem, wenn es dann eh nur beim Planen geblieben wäre. Zweitens, experimentiere mutig. Also besser ein gescheiterer Versuch als kein Versuch. Improvisiertes Handeln ist immer noch besser als geplantes Nicht-Handeln. Ja, kennen wir ja auch. Eigentlich müsste ich ja mal meinen MVP bei einem Kunden überprüfen. Ich müsste mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen. Mache ich aber nicht. Ich bleibe lieber am Schreibtisch und hirne noch mal ein bisschen weiter über mein Konzept nach. Ja, solche Situationen kennen wir ja auch. Einfach tun. Tun ist das, was am Ende des Tages zählt. Ja, also schlimm ist eher, wenn schon der Versuch scheitert, es überhaupt zu versuchen. Ja, Also insofern ganz, ganz wichtig. Und was auch eine ganz wesentliche Grundregel ist, hör nie auf anzufangen und fange nie an aufzuhören. Also tu jeden Tag etwas zum ersten Mal und überleg dir, was willst du an diesem Tag zum letzten Mal tun. Und das hilft dir so ein bisschen dabei, glaube ich, mit den Herausforderungen gut umzugehen. Jeff Bezos selbst sagt immer, bewahre dir deine Day-One-Mentalität. Ja, und viele von euch kennen vielleicht auch dieses Bild von Jeff Bezos, wie er da mit seinem selbst gemalten Logo in so einem kleinen, schäbigen Büro sitzt und als die erste Bestellung per E-Mail reinkam, ist er dann schnell in den Buchhandel gegangen, hat das Buch gekauft, verpackt und an den Kunden geschickt. Und genau diese Mentalität, ja, die bringt uns eigentlich voran und die muss ich auch warnen, wenn ich mal etwas größer und erfolgreicher werde. Ja, und das soweit mal an dieser Stelle von mir zu dem Thema der Improvisation. von uns der Fähigkeit, mit unvorhergesehenen Situationen souverän umzugehen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und freue mich jetzt gemeinsam auch auf den Diskurs, Lina. Super, Dennis. Mega starke Präsentation. Ich glaube, wir sind erstmal alle total baff gewesen, dass du so ein geiles 3D-Studio hast und sehr toll vorgetragen. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, wer hatte mindestens einen krassen Aha-Moment während des Vortrags. Schreibt mal eine Eins in den Chat für den Aha-Moment. Also, ich hatte definitiv einige und ich habe auch ein paar Fragen an dich. Sehr gerne. Ich würde gerne auch in den Chat schreiben, ihr Lieben, was ihr noch für Fragen habt. Die stellen wir dann auch. Meine Frage an dich, du arbeitest ja auch viel mit Gründern, mit Unternehmen, die auch schon länger auf dem Markt bestehen und du bekommst ja auch mit, wie sich die Arbeitsteilung beziehungsweise, wie du auch gesagt hast, die flachen Hierarchien, wie sich das entwickelt. Was ist denn so deine Prognose, sage ich jetzt mal? Wie wird sich denn grundsätzlich unser Thema Selbstständigkeit, ob Solopreneur oder nicht, wie wird sich das in Zukunft wohl entwickeln? Kannst du da was dazu sagen? Also, ich glaube grundständig, dass wir als Netzwerkgemeinschaften ja auch größere Projekte für Organisationen, ich erlebe das immer wieder, auch stemmen können. Die Zeiten der McKinsey-Berater, Boston Consulting, Typen, die ist, glaube ich, vorbei. Man sucht wirklich nach Leuten, die authentisch für ein Fachgebiet in ihrer Expertise stehen und ermöglichen dann eben über Netzwerkstrukturen gemeinsam auch größere Projektmandate zu akquirieren. Wir arbeiten ja selbst im Institut mit solchen Netzwerkstrukturen. Also, ich glaube, das wird sich auf jeden Fall verändern, dass es eben nicht mehr so heißt, so quasi der Solo-Entrepreneur, der kriegt jetzt nur den Bäcker und den Metzger um die Ecke, sondern ich glaube, als Solo-Entrepreneur hast du in Netzwerkstrukturen gemeinsam auch die Chance, größere Mandate in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Fachbereichen eben, ja, zu akquirieren. Ich glaube, das wird sich auf jeden Fall verändern. Was sich natürlich auch nach Corona verändern wird, ist grundsätzlich natürlich auch der Umgang mit unseren Arbeitsstrukturen. Ich glaube nicht, dass wir zum alten Modell zurückkommen werden. Also, das heißt, man wird schon offener sein für digitale Kollaborationstools, für Remote Work, für virtuelle Zusammenarbeit. auch darüber freue ich mich. Ich glaube nicht, dass es sozusagen jetzt dann zu 100 Prozent ins Homeoffice geht. Ich glaube, es werden hybride Strukturen werden, die uns in Zukunft erwarten. Also, das heißt wirklich, sowohl im Büro als auch in Remote-Strukturen. Ja, das sind so mal zwei Dinge, die ich glaube, die auch nach Post-Covid-19 sozusagen uns begleiten werden. Okay, spannend. Ja, ich sehe das so ähnlich wie du, dass wir definitiv eine Weiterentwicklung haben werden und es sieht ja auch sehr, sehr, ich sage jetzt mal, gut aus, dass jetzt auch wirklich alle auf das Digitale transformieren und da ist ja auch das Thema, da rumzuprobieren und rumzuexperimentieren, ist ja für viele auch sehr, sehr schwierig wegen der Sichtbarkeit und wie kommt man rüber, weil man ja auch ganz schlecht direktes Feedback bekommt, wenn man nur in die Kamera spricht. Kannst du da vielleicht so den einen oder anderen Tipp geben zum Thema Improvisation anfangen und keine Angst davor zu haben? Ja, also das ist, das ist in der Tat etwas im Grunde genommen eigentlich und das ist ja ganz spannend zu sehen. Als, wenn wir als Kinder laufen lernen, ja, gab es eine Studie aus dem Jahr 2012 von Karen Adolph, da stolpern wir in dieser Zeit 10.000 Mal und mehr, ja, aber Kinder stehen einfach immer wieder auf und sagen, setzen sie sich ja nicht hin und sagen, jetzt will ich nicht mehr laufen lernen, nee, mach ich nicht, sondern die merken das gar nicht mehr und sagen, okay, hingefallen, plump, ich stehe wieder auf. Und das ist so diese, ich sag mal, eine gesunde Naivität, und diesen spielerischen Umgang, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, ich glaube, das hilft einfach dabei, um relativ schnell da in so einen Modus des Experimentierens und der Improvisation reinzukommen. Also, wir müssen wegkommen von dem Perfektionismus. Das habe ich selbst auch und natürlich als Solo-Selbstständiger hat man immer im Kopf, aber du musst perfekt sein, weil du willst ja einen Folgeauftrag haben und also es ist schon so, dass wir sehr gerne und sehr häufig versuchen, in diesen starren Mustern noch zu denken. Und da ist es wirklich wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Es ist wichtiger, ich sag jetzt mal, good enough for now and safe enough to try. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Es muss nicht perfekt sein, aber es muss good enough for now and safe enough to try sein und dann sozusagen auf dem Weg so lernen. Ich bringe mal ein ganz gerne das Beispiel, was ich total spannend finde, ihr alle kennt vielleicht oder kennt es nicht, zumindest mal habt ihr von Tinder gehört. Tinder ist ja die Dating-Plattform. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch war schon mal auf Tinder, würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, noch nie. So, aber auf Tinder gab es am Anfang relativ einfach, ich sag mal, relativ wenig Funktionalitäten, aber wir sind erst mal rausgeschossen mit einem Ansatz und haben gesagt, okay, wir schauen mal, wie können wir lernen durch Feedback von unseren Kunden, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen weniger gut und trauen uns dann eben sozusagen wie eine Operation am offenen Herzen halt on the fly unser System, unser Produkt zu optimieren. Und da gab es so eine Funktionalität, die viele vermisst haben, wo dann sozusagen die Redaktion, ja, oder die Entwickler immer wieder eine Rückmeldung bekommen haben, da ist mir so eine sympathische junge Frau wie die Lina, die ist mir beim Klicken durchgerutscht und könnt ihr die mir wieder aufs Handy holen. und daraus haben die dann Geschäftsmodelle gebaut, also das heißt, dieses unperfekte Systeme aus Perspektive des Kunden hat dazu geführt, dass dann in einer weiteren Entwicklung Schritt für Schritt mehr Funktionalitäten kamen und mittlerweile kannst du per Premium-Abo-Modell, kostet halt ein paar Mark mehr, dir aber auch wieder deine Kandidaten zurückholen. Und das ist genau so ein Punkt, trau dich einfach, geh daraus, experimentiere und daraus können dir wieder ganz tolle neue Geschäftsmodelle und Ideen entstehen, aber einfach mal machen. Also ich glaube, es ist dieser Mut und die Naivität. Das ist gut, dass du da sagst, Mut und Naivität, ich glaube, das gehört einfach wirklich dazu und wir dürfen uns diese Angst gerne abtrainieren. Ja, wir haben jetzt noch eine Frage von Stephanie bekommen, die fragt, wie hat Dennis seine Abschlussrede denn dann gemeistert? Ja, also die Abschlussrede war dann anders, aber trotzdem gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Rede top war. Also es war schon so, dass sie auf einem anständigen Niveau war und sie war anders als geplant, aber sie war gut. Aber sie war kein Top-Wow. Also ich bin nicht über mich hinausgewachsen. Das kam dann vielleicht erst später. Aber ich war zufrieden damit und die Leute auch. Und wusste ja keiner, was ich geplant habe. Was ich da aufgeschrieben habe, das ist ja auch etwas. Keiner, auch kein Kunde auf dieser Welt weiß, was wir uns ausgedacht haben, was wir im Kopf haben, was unser Plan war. Das heißt, das, was für uns persönlich vielleicht möglicherweise als improvisiert wirkt, kann der Kunde so gar nicht nachvollziehen, weil für ihn wirkt es eher wie geplant. Ja, also das ist ja auch nochmal ein Punkt. Die Improvisation ist meistens eher aus der Innenperspektive der Wahrnehmung und gar nicht aus der Perspektive des Kunden, weil keiner in dem Saal wusste ja konkret, in der ja auch sein könnte, das hatte ich von Anfang an vor, freizuhalten, die Rede. Was habe ich da sozusagen an Inhalten? Mein Manuskript kannte ja keiner. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, der uns ein Stück weit befreit. Die Improvisation in der Regel ist etwas, was ich in meinem Innen heraus wahrnehme, aber nicht zwangsläufig immer unbedingt auch beim Kunden so ankommt. Richtig gut. Ich kann mich erinnern, ich habe früher während des Abiturs und im Studium regelmäßig Präsentation improvisiert auf den letzten Drücker, aber es kam dann immer gut an, also in der Regel. Von daher ist es jetzt nicht unmöglich, das auch so in seinen weiteren Leben einzufügen. Viele, viele Dankeschön kommen hier gerade rein in den Chat. Das war eine super Präsentation, super Beispiele und Verdeutlichungen. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine persönliche Frage an dich und zwar hast du ja auch gesagt, man muss sich jeden Tag so einer kleinen Herausforderung stellen und ein bisschen rumprobieren und ich kenne das auch von mir, dass ich mich frage, okay, wo finde ich denn jetzt eine Situation oder wie bringe ich mich jetzt selber in eine Situation, die ich nicht kenne? Man ist ja gar nicht so darauf getrimmt. Wie machst du das für dich? Also, ich bin der Erste, der immer hier schreit, wenn es darum geht, ob das jetzt bei uns an der Hochschule ist oder sonst irgendwo, wenn es darum geht, irgendetwas Neues, ein neues System beispielsweise, eine neue Technologie auszuprobieren, bin ich der Erste, der hier schreit. Wohlwissenlich, das bedeutet erstmal ein bisschen mehr Arbeit, Wohlwissenlich, du musst da raus aus der Komfortzone, also alles, was in meinem Umfeld irgendwie den Anschein von Neuen noch nicht gemacht hat, da sich nicht zurückzulehnen und sagen, lass erstmal den anderen den Vortritt, sondern da presche ich vor, da will ich mit dabei sein, vorne an der Front, das ist so ein Punkt, den ich immer ganz spannend finde und es ist häufig so, dass wir zum Beispiel solche Online-Webinare oder Seminare besuchen, ja, also quasi uns Weiterbildung ermöglichen und auch gönnen, aber die Frage ist immer, was davon setze ich unmittelbar um, das wird immer so, okay, darüber muss ich nochmal schlafen, das muss ich so reflektieren, also ein Tipp ist, wenn du aktuell ein Buch liest über irgendeine Methodik oder irgendeinen Work Hack oder was auch immer du da identifizierst, bam, sofort umsetzen am nächsten Tag, ja, auch wenn du noch nicht alles davon weißt, auch wenn du noch nicht das Konzept völlig durchdrungen hast, was ja von uns ja auch sehr oft gefordert ist, ah nee, ich muss das erstmal komplett durchdringen, ich kann noch nicht danach machen, warum denn nicht, also ich mache das einfachste Beispiel, ich lese ein Buch über Ken Ben, ja, ich habe nur die Anfänge dieser Methodik verstanden, aber gleich am nächsten Tag, komm, mein nächstes Projekt, morgen versuche ich gleich mal, das muss ja nicht gleich das wichtigste Kundenbandat sein, über so einen Kanban-Prozess abzubilden, um mal auszuprobieren, also das schnell zu machen, nicht lange aufzuschieben, sondern bevor ich eigentlich bei mir innerlich so eine Blockade aufbauen kann, schon für sich selbst das Jahr gesetzt und ich probiere es aus am nächsten Tag und mache es, also schnell sein, ja, weil sonst kommen wieder tausend Argumente bei uns aufgeploppt, warum wir es denn nicht tun und beim nächsten Kundenprojekt, naja, und was heißt das beim nächsten Kundenprojekt, habe ich es wieder vergessen, also wenn du nicht dranbleibst und es sofort unmittelbar machst, dann wird es nicht funktionieren, ja. Es heißt ja auch, dass man innerhalb der nächsten 72 Stunden handeln muss oder die Idee umsetzen sollte, zumindest mal die ersten Steps, damit es überhaupt ins Rollen kommt, sonst ist es dann ganz weit hinten in der Schublade. Genau, ja. Super, hier schreibt die Lisa auch noch, tausend Dank, wirklich cooler und ermutigender Vortrag, sehr motivierend, schreibt Stefanie noch, die Anina freut sich auch über den Beitrag, also richtig, richtig klasse, Ali schreibt auch, super stark, also lieber Dennis, grandiose Vorstellung, Vortrag, richtig toll gemacht, vielen Dank für deinen Input, ich habe auch deinen Link zu LinkedIn und zu deiner Seite und auch zu deinem Buch in den Chat geschrieben, ihr Lieben, schaut euch das gerne an, verlinkt euch unbedingt mit dem Dennis auf LinkedIn, schaut bei ihm rein und lasst euch da weiterhin inspirieren und oh, die Anina schreibt noch eine ganz spannende Frage, Dennis, warst du schon immer so mutig? Also in der Tat war es, also ich kann ja das nur, nur die Erzählung von meiner Mami, ja, die mir sozusagen jetzt im Allt immer so ein bisschen aus der Kindheit, aus der Jugend erzählt und in der Tat war es wirklich so, dass ich scheinbar schon als Kind, ich sage mal, so ein neugieriger Mensch war, also das heißt, ich habe nie irgendwie in diesen Schemen gespielt, jetzt heute spielen wir nur Lego oder wir spielen nur Playmobil oder nur mit Bauklötzchen, ich habe das schon früher immer wild durcheinander gemixt, ja, habe auch damals schon immer irgendwelche Dinge ausprobiert, manchmal auch zum Leidwesen meiner Mutter, ja, oder habe dann irgendwie, wenn dann die Familie kam, zu den Feiern dann irgendwie mir ja, so ein Papierhütchen gebaut, ja, mit Kochlöffel als Mikrofon und habe dann so ein bisschen Entertainment gemacht und dann dafür danach gleich so ein bisschen Taschengeld eingefordert, ja, oder quasi wie so eine Art Eintritt, also es scheint wohl irgendwie dieses Thema Mut und einfach mal was, einfach mal was zu tun, was auszuprobieren, schon sehr früh bei mir angelegt zu sein. Ich wehre mich aber trotzdem davor zu sagen, das ist etwas Angeborenes, nein, das kannst du trainieren, wie alles, ja, ich sage immer, wer auf dem Meeresgrund mal unten war, der hat vor Pfützen keine Angst mehr und das ist genau der Punkt, wenn ich mich selbstbewusst und das meine ich ja auch vorhin als Tipp, mich immer wieder in noch nie ausprobierte Situationen hineinstupse, dann fühlt sich das beim ersten Mal sehr ungewohnt an, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, beim dritten Mal ist es dann aber schon wieder, wo ich sage, ja, irgendwie habe ich mich an dieses Gefühl gewöhnt. Also du kannst dir Mut antrainieren, aber das geht halt nicht, indem ich immer nur am Spielfeldrand stehe und mir anschaue, wie andere das mutig machen und sage, Mensch, ich bewundere so einen Jeff Bezos, wie der mutig entscheidet, sondern es funktioniert eben nur, wenn du rausgehst aufs Spielfeld und dann wirklich sozusagen, ja, tust, handelst und umsetzt, ja, also durch Zuschauen und Lesen werde ich nicht mutiger, mutiger werde ich nur durch Tun. Absolut. Ich habe auch mal in einer Wissenschaftsstudie einen Beitrag gelesen, dass Menschen, die viel Neues ausprobieren und sich, wie du sagst, in neue Situationen reinbegeben, dass sie im höheren Alter weniger graue Zellen haben, dass sie viel, viel fitter im Kopf sind, weil sie eben Synapsen auch immer wieder neu vernetzen durch neue Situationen und dementsprechend auch viel aktivere Hirnregionen auch im Alter noch haben. Ja, und auch dieser spielerische Umgang auch selbst nicht immer den Anspruch haben, es muss alles funktionieren. Auch bei mir funktioniert nicht immer alles, ja, das ist so, ja. Also bis dieses Studio-Setting hier stand, gab es auch mal Webinare, da war dann halt sozusagen, hat es nicht funktioniert, ja, weil die Technik halt oversized war und dann musste ich halt eben schnell improvisieren und halt mit der kleinen Webcam was machen, obwohl ich so ein riesen Studio hier hatte, ja. Es gibt tausend Beispiele jeden Tag, die ich erlebe, die halt einfach nicht funktionieren, ja. Aber die Frage ist halt einfach, gebe ich deswegen auf oder sage ich einfach, okay, das gehört halt zum Leben dazu, ja, das ist einfach so, ja, muss man hinnehmen. Richtig, super, alles klar, vielen lieben Dank, Dennis, nochmal. Und genau, wie gesagt, vernetze euch gerne mit ihm und schreibt ihm gerne, es sind super tolle Themen, die der Dennis noch weiter, ja, 32 Prinzipien, eine davon habt ihr. Genau, wir haben noch 32 Prinzipien, die wir mit Dennis durchgehen können, aber nicht nur heute, deswegen, vernetzt euch mit ihm, schaut euch sein Buch an und schaut auch gerne mal auf seiner Webseite vorbei. Lieber Dennis, ich danke dir viel, vielmals, ihr werdet die Folge auf YouTube für eine gewisse Zeit lang sehen, ich werde euch alle natürlich informieren, wenn es soweit ist und ja, ich werde euch gleich auch vorstellen, was als nächstes passiert, nächste Woche und ich sage dir an dieser Stelle erstmal vielen Dank nochmal, Dennis und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ja, ich stoppele meinen Bildschirm, dann bist du wieder kurz zu sehen. Dankeschön. Huch, sehr groß, holla. Okay, meine Lieben, ich zeige euch jetzt auch noch, was es nächste Woche Donnerstag wieder Schönes zu sehen gibt. Ich werde gleich meinen Bildschirm dazu teilen mit euch, eine Sekunde, zwei, Trommelwirbel. Nächste Woche haben wir das Thema Strategien, um die Krise zu überwinden mit unserem starken Partner Google Zukunftswerkstatt. Da wird es darum gehen, wie man sein Geschäftsmodell der Krise entsprechend anpassen kann, welche Möglichkeiten hat man da, auch als Solopreneur, als auch Mittelständiger und auch natürlich in dem Zuge, wie man sich neu organisieren kann, wie man auch mental da drangehen kann, um eben diese Umstrukturierung, diese Anpassung mit der Strategie grundsätzlich da dranzugehen. Also seid da gerne dabei. Ihr werdet den Link per Mail bekommen, sofern ihr also, ihr seid mit Sicherheit auch schon in unserer Community drin. Und wir haben auch heute Abend, heute ist der Super Donnerstag, Lunch and Learn und Digitale Show für Selbstständige, heute um 19.30 Uhr, mit dem Thema Zweifellos weibliche Kraft unternehmerisch nutzen. Auch interessant für Männer, auf jeden Fall. Und vor allem aber auch für die Damen unter uns, die in der Selbstständigkeit sind und vielleicht mit Sicherheit auch mal hin und wieder mal einen Zweifel haben. Ich persönlich auch immer wieder mal. Deswegen freue ich mich sehr auf die Gäste, die wir heute Abend da haben werden. Ihr könnt euch auf unserer Webseite weitere Infos dazu holen. Und ich packe euch jetzt noch unseren YouTube-Link in den Chat rein, eine Sekunde. und da könnt ihr die bisherigen Folgen von unserer Show auch noch mal anschauen und da natürlich sehr gerne abonnieren, kommentieren, liken, teilen, dass es noch mehr Menschen mitbekommen und es noch mehr Menschen helfen kann. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich finde es total schön, dass wir immer mehr werden, Donnerstag für Donnerstag. Und würde mich mega freuen, wenn wir uns heute Abend noch mal sehen, um 19.30 Uhr. Und ja, ich wünsche euch in dem Sinne erstmal einen Happy Donnerstag. Habt einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis heute Abend. Macht's gut. Tag Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020